hallo herzlich willkommen auf meinem kanal weiter geht's mit sniper elite 4 der diktator das dlc wir sind hitler auf der spur ok hier haben wir das letzte mal zwar nicht aufgehört aber hier hat er mich wieder respawn macht ihr jetzt auch nichts spielt jetzt auch keine rolle wir haben im letzten video woanders aufgehört aber egal und jetzt machen wir hier weiter und versuchen den hitler zu töten ok noch mal auf die spur gucken noch mal auf die karte gucken da steht jetzt hitler töten 317 meter seht ihr da unten sind wir noch weit weg sehr weit weg sicherheitsding ins kirchen da auch noch alter schwede ok das lassen wir aber erstmal links liegen müssen sehen dass wir irgendwie in die nähe von hitler kommen alles klar freunde auf geht's auf ein neues normales abschecken hier super 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 ok ich glaube wir müssen hier hoch so wollen wir kommen bei dem jetzt erst letzte mal wir waren da hinten da haben wir aufgehört doch wir sind hier richtig hier sind wir richtig naja jetzt erinnere ich mich wieder alles klar ok freunde leise ganz leise so gut ok wir müssen hier hoch denke ich ja gut aus das stimmt das letzte mal haben wir von da oben geschaffen da oben von der plattform da haben wir auch schnauze wenn ich rede und da haben wir sie weg gesnipert ok joten scheinen irgendwelche typen zu sagen noch irgendwelche schergen von hitler ok verdammt was mache ich jetzt heute mal moment kurz mal überlegen ganz kurz ok alles klar ich glaube wir schnappen uns diese typen da oder laufen sogar da hinten steht einer da links seht ihr den werden wir uns erstmal markieren auch infanterie aber bleibt doch mal stehen und penna so den haben wir da ist noch einer ok nehmen wir das scharfschützengewehr den anderen haben wir markiert ist schon mal nicht schlecht ok mal kurz abschicken die lage wenn wir glück haben 30 einer von ihnen geht wieder zurück so dass der andere das er wird der lichtige über ihm wegballern genau halte deine augen offen penna so gut der kommt noch da man nimmt noch mal schluck gleich ist vorbei freundchen so was haben wir denn da gekriegt geil und jetzt hat das auch noch gehört scheiße aber es wird nicht entdeckt das ist schon mal unter vorteil was mache ich denn bin ich bescheuert nicht 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 alles klar auf ein neues freunde oder n mir m bescheuert bin ich denn das assembly aber legst du cái Ich schmeiß mich hier gleich weg. Okay, kann passieren. Weiter geht's, Freunde. Geh nicht so nah an Rantupenner. Ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Moment, 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 Moment. Aber wo wir das letzte Mal auf der Dings gelegen haben, haben wir noch eine Kirche gesehen. Scheiße. Warte, war das jetzt doch hier rum? Ich weiß es nicht mehr. Ne, 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 Moment mal. Moment, 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 Moment. Okay. Wir waren hier glaube ich doch richtig. Hier laufen wir jetzt auch hoch, Freunde. Wir haben hier noch nicht mal einen Ausdauerläufer hier. Wollt ihr, wie das Herz puckert? Okay, ganz leise. Psch, 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 psch. Was weiß ich, ob hier noch irgendein Penner vom Gegner rumrennt. Was ist das hier? Ach, egal. Egal, egal, egal. Weiter geht's. Gehen wir mal hier hoch. Ah, ich sehe schon hier im Augenwinkel, da ist die Kirche. Die Ruine, wie auch immer. Alles klar. So, die werden wir jetzt mal genauer untersuchen hier. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas brauchbares, wer weiß es. Einheitlich an diese Crisis Wars Map hier von damals, wie hieß die denn da? War da auch so eine Ruine von der Kirche. Okay, der Führer macht hier seine Runde, der Penner. Okay, hier, den looten wir jetzt erstmal. Verband. Sonst nichts. Besser wie gar nichts. Sonst nichts. Was haben wir hier noch? Halbautomatisch, G43. Nehmen wir mit oder lassen wir es? Ach, wir lassen die Scheiße. Okay. Wir sind ja eigentlich gut ausgerüstet. Wir haben ja ein gutes Scharfschützengewehr, eine Pistole, ein paar Handgranaten, ein paar Sprengpfeilen. Wir haben doch alles. Besser kann es gar nicht sein. Moment, ich sehe mich jetzt nicht, das ist auch gut so. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder runter. Wir gehen mal ganz nach unten. Ich will mal ein bisschen, was da unten ist. Warte mal, wo geht es jetzt hier runter? Da ist die Treppe. Ich habe schon gesehen, da links. Wir müssen hier rum. Das müssen wir doch hier ganz runter, glaube ich. Oh, geil. Wie sieht das geil aus hier? Oh. Schau. Das war die Überführung. Wir müssen rausfinden. Oh, halt. Stopp, stopp. Wir sind dann jetzt hier. Die Inneren der Kirche. Haben sie umgebaut hier? Wir haben einen Sucher reingebaut oder was? Hier ist noch ein Krautfresser. Ja, den machen wir jetzt auch erstmal weg. Der stört sonst. Okay, Henry. Oh, geil, ey. Und Sniper Elite haben sie richtig geil gemacht. Finde ich richtig, 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 richtig nice. So, Freunde. Alles klar. Trotzdem, wieso habe ich jetzt so einen gelben Rand um meine Karte, verstehe ich nicht. Wisst ihr das vielleicht? Wenn ja, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Das kapiere ich jetzt irgendwie nicht. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, kommen wir hier irgendwie raus, irgendwie weiter. Ich weiß es nicht, da oben ist irgendwas. Stopp, 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 stopp. Und Haupte dann, und Haupte das Monster ermordet den Führer. Hm, werden wir versuchen, Freunde, werden wir versuchen. 208 Meter noch hin. Ziel in der Nähe. Shitty, 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 ist gar nicht mehr so weit weg. Aber erstmal hinkommen. Ha, 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 ha. Moment. Ich muss ja irgendwas, was wir noch brauchen können, ja. Also geht er da immer wieder runter, der Idiot. Ich geh doch schon hier hoch, ich will zu der Kiste. Hallo. Was ist jetzt los? Machen wir es so. Gucken wir doch mal, was da drin ist. Hm, shotgun. Das hier wird sehr netzlich sein. Wir haben zwar keine shotgun, aber egal. Vielleicht finden wir ja noch eine. Alles mitnehmen. Okay, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht kommen wir hier irgendwie nach oben. Hier? Nee, ach, scheiße. Zugeschüttet von Dreck. Ich könnte kotzen. Hm. Aber diese Durchsagen hier, über die Mikrofone, hätte ich bald gesagt, über die Lautsprecher. Schon geil gemacht. Richtig nase aus. Auch hier innen in der Höhle und so. Richtig geil. Okay. Okay, wo geht's hier lang? Habt ihr was gehört? Psch, psch, psch. Da habe ich wohl eine Abkürzung gefunden. Okay, wir gehen, glaube ich, wieder zurück. Ist besser. Gut, jetzt sind wir wieder hier, wo wir eben waren. Ah, verdammt. Ja, ich weiß, wir können hier an der Kette hochklettern. Das weiß ich. Halt. Das werden wir jetzt auch machen. Okay, warte, Moment. Stopp, 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 stopp. Hier rüber springen. Genau. Hier hoch. Ja, nun hangel dich da hoch, du Penner. So. Kleiner Schick hier. Kurz gucken, da rüber müssen wir rein. Müssen wir auch wieder ein bisschen springen. Können wir, glaube ich, hin. Zack. Genau. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Da ist ja alles zugeschüttet. Aber nee. Wäre auch zu einfach gewesen, verdammt. Okay, da müssen wir, glaube ich, auch rüber springen. Nehmen wir mal ein bisschen Anlauf jetzt hier. Okay, drüben sind wir. Wo sind wir denn jetzt hier? Die da auch nochmal rüber springen. Okay, machen wir das auch noch. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Hm, nirgends. Scheiße. Mist. Okay, okay, warte mal. Moment, 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 Moment. Wir werden jetzt erstmal eben nochmal hier rüber springen. Wartet mal, wartet mal. Gut, da geht es definitiv nicht weiter. Das hatte ich aber eben schon erwähnt. Ach, ist das eine Kacke. Aber irgendeinen Weg muss es geben. Und den wird es auch geben. No, nochmal da rüber hüpfen. Das war ja mehr ein Schritt wie gesprungen. Alles klar. Ach Gott. Ach, nee. So, nochmal da rüber hüpfen. So, da habe ich hier über uns ist ja so ein Schacht, da seht ihr das? Da habe ich doch eine Luke oder eine Öffnung gesehen eben im Augenwinkel. Und da habe ich mich da jetzt verguckt. Okay, hier waren wir ja schon. Hier geht es definitiv nicht weiter. Schade eigentlich. Wäre auch viel zu einfach gewesen. Ja, aber da kommen wir hier durch. Äh. Das kannst du klicken, das wird nix. Da, seht ihr da rechts? Den Schacht da hier? Den Luftschacht oder was das ist? Da müssen wir irgendwie hochkommen. Aber wie? Damn it. Da hier, über uns. Da müssen wir irgendwie reinkommen. Da oben hin müssen wir kommen irgendwie. Na, wie kommen wir denn da am besten hin? Ach, shit. Seht ihr da die Öffnung, was ich gesagt habe? Das hatte ich eben so ein Augenwinkel gesehen. Ah, nee. Okay, ich glaube, wir müssen hier nochmal rüber hüpfen. Ey, du sitzt da. Obendrauf bleiben, du Penner. Okay, da die Öffnung, seht ihr? Da müssen wir irgendwie reinkommen. Definitiv müssen wir da reinkommen. Können wir hier auf den Stein springen, irgendwie? Nee. Okay, das geht schon mal nicht. Okay, da müssen wir doch nochmal hier rüber, oder was? Ach, verdammte Kacke, Mensch. Das ist so ein guter Kletterer. So, Moment. Scheiße, wie kommen wir denn jetzt da rüber? Hier irgendwie muss es einen Weg geben. Hier, der Wetter. Mal ganz ruhig. Moment, Moment, Moment. Ach, Mann, ey. Ah, könnte schon wieder kotzen. So, Moment. Von da sind wir gekommen. Ähm, da rüber müssen wir irgendwie. Guck mal da. Ah, scheiße. Guck mal da irgendwie rüber hüpfen. Weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ich krieg, ey. Ach, wir machen das hier nochmal drüber. Oh, das ist eine Kette. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Denke ich jetzt mal. Warte mal, wir können doch hier runter, oder? Hä, was mach ich? Blöd. Ich brauche doch nur da runter. Oder hier durch? Nee. Aber bin ich jetzt total... ...durch den Wind hier, oder was? Das kann doch gar nicht so schwer sein. Wir müssen doch definitiv hier runter, oder? Ja, das ist doch unterwegs. Ich würde den Träger auflegen. Ah, das wird kann doch so eine Runde machen. Hm, was machen wir jetzt? Er guckt doch nach unten. Das ist doch schon mal so ein Hinweis, aber trotzdem... Ah, wieso... Ah, Mann. So, hier geht es definitiv nicht weiter. Wir müssen... So, da rüber müssen wir, genau. So, da waren wir doch richtig. Okay, da springen wir jetzt auch rüber, Freunde. Da fällt der sich da auch noch fest. Das ist auch irgendwie blöd. Okay, wir sind unten. Geil. So. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Mal gucken, kostet nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Geht es auch nicht weiter. Schade, hätte es ja funktionieren können. Dass es da noch irgendwas gibt. Munition oder sonst so. Scheiß. Alles klar, Freunde. So. Genau, hier ist doch die Kette. Da kann man doch hochkrabbeln. Hochklettern. Na bitte, wer sagt's denn? Schon kommen wir darüber in den Schacht. Müssen wir nur kurz wieder ein bisschen springen. Oh, ey. So. Kurz Anlauf nehmen und hüpfen. Los rein da. Okay, das hätten wir. Okay, wir sind jetzt hier im Lüftungsschacht. Wir müssen vorsichtig sein. Man weiß ja nicht, ob hier irgendwelche Gegner rumstehen. rumstehen oder rumgehen oder Sniper hier lauer, man weiß es nicht. Wer sieht das grafisch mit den Lichteffekten, Schatteneffekten richtig, richtig nice aus, ey. Okay, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, Freunde. Moment, wir nehmen mal die Pistole. Ja. Immer schön vorsichtig. Okay, wir scheinen runter zu gehen. Okay, okay, Alter, geht das tief runter. Also fallen lassen dürfen wir uns definitiv nicht, denn sind wir tot. Schwer verletzt oder tot. Warte mal, warte mal, warte mal einen Moment. Darüber hüpfen können wir auch nicht. Äh, nochmal kurz gucken hier. Wir müssen uns einen anderen Weg nach unten geben. Hier, das Rohr. Da können wir doch dann runterklettern. Jups. So. Okay, das hätten wir geschafft. Achter, die haben so eine Art Bunkeranlage hier gebaut, ey. Da ist ein Gegner. Okay, den markieren wir uns erstmal. Das markieren wir uns auch. Alles klar. Entschuldigung, musst du kurz husten. So. Okay, Lager abschicken. Und nochmal ein Element. Nehmen wir mal die Pistole. Ich kann gar nicht das Verbandzeug nehmen, ja. Aber wie geht das? Muss ich beim nächsten Mal mal ausprobieren. Ich weiß es jetzt nicht. Und Haupte das Monster. Ermorde den Führer. Oh. Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Da war Hitler. Da war Hitler. Okay, das lassen wir mal links liegen. Obwohl es da auch nochmal Punkte und alles für gibt. Da waren wir schon. Die Kiste haben wir durchsucht. Das ist noch so ein Penner von Soldat. Alles klar. Das ist ja der, der da rumläuft. Okay, da auch. Eins, zwei, drei, vier waren da, glaube ich, glauben da rum. Das wissen wir jetzt schon mal. Scheiße, da kommt der nächste. Den markiere ich mir auch gleich. Der kann uns auch schon mal nicht abhauen. Wie geil das aussieht, hä? Die Sonne da so reinknallt und alles. Geil. Obwohl das schon eine sehr alte Engine ist, ist er immer noch sehr top, hä? Ist zwar ein bisschen Staub drauf, aber egal. Knall ich den jetzt ab oder lass ich es? Ich frage mich, ob der andere das dann wieder mitkriegt. Mein, ist das eine Scheiße. Okay, wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um und markieren noch mal so ein paar Sachen. Sicher, sicher. Gucken wir mal, ob irgendwo ein Soldat oder irgendwas rumläuft. Lautsprecher. Gut, die kannst du nicht markieren. Sieht auch richtig geil aus von der Grafik her. Muss man sagen. Genau, du hast es auch fast. Ja, Freunde. Ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im Kürze wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.